Mein Name ist Kerstin Wagner, ich bin die Leiterin Personalgewinnung der Deutschen Bahn. Ich bin Steve Grün und Leiter Personalmarketing bei der Deutschen Bahn. Herzlichen Glückwunsch an die Deutsche Bahn. Sie haben die Jury mit der Arbeitgeberkampagne Willkommen, du passt zu uns in der Kategorie Recruiting überzeugt. Wie kam es zu diesem Projekt? Was Sie vielleicht nicht wissen ist, dass wir jedes Jahr 12.000 neue Mitarbeiter allein in Deutschland einstellen. Ja, wir stehen vor einer großen Herausforderung. Denn in einem hart umkämpften Arbeitsmarkt ist es unsere Aufgabe, die vielen offenen Stellen jedes Jahr auch zu besetzen. Und wir haben als Zielgruppe die Schüler, wir wollen Fachkräfte rekrutieren und natürlich auch die Akademiker. Und da müssen wir uns ganz schön anstrengen. Und deshalb müssen wir auch die Personalgewinnung richtig gut aufstellen. Und ein Teil der Personalgewinnung ist natürlich auch eine richtig gute, innovative Personalmarketingkampagne auf den Markt zu bringen. Was haben Sie konkret gemacht? Wir haben ein Konzept entwickelt, wo das Grundlage war, entwaffende Ehrlichkeit. Deswegen war es für uns wichtig, unsere Mitarbeiter mittendrin in der Kampagne zu haben. Und wir haben auch auf emotionale Art und Weise ihre Geschichte erzählt. Und das macht uns sofort als Arbeitgeber sympathischer, moderner, glaubwürdiger und auch menschlicher. Beschreiben Sie bitte die Erfolge Ihres Engagements. Die Zahlen geben uns recht. Unser Besucheraufkommen hat sich bedoppelt auf die Karriereportale. Und auch wir haben ein Plus von über 40 Prozent über alle Zielgruppen von Bewerbungen. Und das ist klasse. Warum sollten Sie Gesamtsieger des Deutschen Personalwirtschaftspreises 2017 werden? Bitte hier Ihr Plädoyer an die HR-Community. Wussten Sie schon, dass die Bahn jährlich über 12.000 neue Mitarbeiter einstellt? In 500 Berufen. Das ist unsere Challenge. Bei unserer neuen Arbeitgeberkampagne Willkommen, du passt zu uns, waren wir vor allem eins. Mutig. Wir zeigen die Bahn, wie sie wirklich ist. Gut, aber nicht perfekt. Dieser Mut und diese Ehrlichkeit, finden wir, sind im Moment auf dem Markt einzigartig. Wir finden, das passt zu uns. Sie auch? Jetzt sind Sie dran, liebe Community. Wer soll die Siegerstatue am 18. September überreicht bekommen? Ist es die Deutsche Bahn? Dann stimmen Sie bitte jetzt ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.